okay Hauke ihr habt ihr drauf gestanden jetzt kommt steigt hier auf k k k ist hier noch irgendwo ein Schalter ok okay hmm hm ja was habe ich denn jetzt gerade mit dem Baum gemacht ah vielleicht bringt das hier was k k um k dann probiere ich das mal mit den anderen und die hm hm k 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 den Tisch für die Euro wird es dafür wenigstens was nie gibt es nicht sehr unfreundlich okay um ja dann ein Bruder die Gäste um um du und weiter geht's Zack. Okay, ich bin ganz schön verwüstet hier. Ähm. Oh mein Gott. Muss ich die jetzt noch retten? Okay. Ja. Hopp hopp. Ähm, ja, dann befreue ich erstmal die ersten. Oh, Druidika. Das ist nicht so gut. Erstmal den Druidika zuerst vernichten. Und dann nachher können wir noch die anderen vernichten. Okay, die anderen sind auch schon geschnitzelt. So, jetzt kommen, Obi-Wan. So, boom. Jetzt hab ich die ersten befreit. So. Jetzt sind die auch befreit. Okay. So. Jetzt fehlen nur noch zwei. Und die sind wahrscheinlich an der unerreichbarsten Stelle, die es gibt. Wett ich. Das muss einfach so sein. Gibt's hier irgendwie Knöpfe oder so, die ich da irgendwie... Hm. Oh, das könnte sogar klappen. Und das jetzt noch drauf? Okay, so hoch kann er nicht... ...jumpen. ...jumpen. Wer schreibt ganz einfach Part 5, Teil 2, drunter. Mensch, es ist nicht ein Krieg hier. Kann man das irgendwie... ...nest machen. Komm, hier müssen wir irgendwie... ...irgendwie muss es doch gehen. So, jetzt komm. Ich mag dich nicht, Droide. Ja, und wo ist jetzt der letzte? Hm. Fällt nur noch einer. Ist ja irgendwo hier ganz hinten. Das kann ja eigentlich nur 10, oder? Oder doch? Okay. Häm. 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 Hätte ich doch nur aufgepasst. Okay. Ähm. Gibt da hinten irgendwie noch wieder so einen Hakenpunkt oder so? Nee. Glaub nicht. Nee. Gibt's nicht. Hm. Häm. 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 Hamburger. Okay. Irgendwie will ich gerade mal nicht. Okay. Und dann. So. Erstmal jetzt wieder hier hoch. So. Und jetzt kann ich doch hier rüber. Hm. Du 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 du. Du 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 du. Okay. Okay. Ahh da. Nein! Ja! 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 Okay! Jo! So, und was habe ich da jetzt freigeschaltet für einen? Ähm... Gut, ähm... Ich denke mal, das kann ja nur einer sein, das kann ja nur der R2 sein. Deswegen fahr schon mal mit dem R2 vor. Du! Ich kann fliegen über den Abgrund und kann sterben über dem Abgrund. Okay. Nee, 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 nee! Oh! Wusch, wusch, wusch! Er fährt dahin so richtig lustig! Kann man eher so irgendwie schneller fahren lassen. Wenn irgendjemand einen Mod oder so hat, dass irgendwelche Figuren schneller laufen oder so, dann sag mir das bitte. Sagt mir das bitte. Weil, ähm, das wäre echt hilfreich. Oh mein Gott, wie das redet raus! Okay. Das war... Ichättchen? Ich bin noch nicht drauf, okay! Ich bin noch da drin. Was ist denn für das? Oh, wie isst das bei mir? Ok! Ich bin noch mal. Okay! Ich bin noch nicht fertig.